Ich mach' ich fertig, weil wir eben jetzt vorgespucht hast. Oh, voll! Er hat mir gedroht, zum Himmelfahrtstag hat er mir gedroht. Das hat er gar nicht. Und das geb' ich dir zurück, mein ihr Freund. Oh, das ist ja nicht. Da fehlt die Trag von dieser Presse vom ganzen Gesicht. Also klar, dann komm, wir gehen hier vorne hin und... Du hast mir gedroht, ich dir nicht. 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 Du hast nicht gedroht, ich dir nicht. Und jetzt? Und jetzt? Und jetzt? Ziekezacke, Ziekezacke! Hütergacken, Hütergacken! Voll, voll, voll! Kinderwahl, Kinderwahl! Schieb, schieb, schieb! Nein! Können wir sehen, auch die... Was willst du? Ja, liebe Freunde. Was willst du? Jetzt wollen wir weiter machen. Was willst du? Ihr Kampfhunde. Was willst du? Ja klar, du hast mich getroht! Du hast gar nicht getroht, hör doch mal! Du hast gar nicht getroht! Du hast gar nicht getroht! Ja, ist doch drüben! Jetzt, pass auf jetzt! Wir wollen jetzt... Jungs, wir wollen hier feiern! Freunde, wir wollen hier feiern! Kein Bein, ne? Wir wollen hier kein Ärger machen! Ruhe! 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 Ruhe jetzt! Ruhe! Jungs! Ich hole gleich die Pistole raus! Ich erschieße ja jemanden! Leute, wir hören gleich, auch wenn ihr stumm kressiert. Seid ruhig! Habt Ruhe! Leute, es ist Vater da und kein Schlag da! G Tip! Oh, das ist gleich. Gott! Gott! Hu shopping! Krieg! Warumirseней werde ich verschwechien? Vielen Dank.